In diesem Video erkläre ich dir die Autophagie, das zelluläre Recyclingprogramm unseres Körpers, von dem du möglicherweise im Zusammenhang mit dem Intervallfasten schon mal gehört hast. Du erfährst, wie die Autophagie genau funktioniert, welche Funktionen sie überhaupt erfüllt und wie du gesundheitlich von einer Anregung der Autophagie profitieren kannst. Deshalb bleib auf jeden Fall dran. Autophagie steht eigentlich für Autophagozytose und bezeichnet einen intrazellulären Prozess, also einen Prozess innerhalb jeder einzelnen Körperzelle, bei dem zelleigene Bestandteile, die beschädigt sind, abgebaut und wiederverwendet werden. Dazu zählen fehlgefaltete Proteine, aber auch ganze Zellorganellen wie Mitochondrien. Die Bedeutung kann man auch von dem Begriff selbst ableiten. Die Vorsilbe Auto bedeutet auf sich selbst bezogen und Phagien bedeutet so viel wie Verdauen. Es handelt sich also um eine Art zelluläre Selbstverdauung. Selbstverdauung klingt erstmal negativ, weil man direkt daran denkt, dass der Körper Raubbau an eigenen Strukturen betreibt. Das ist aber nicht der Fall, im Gegenteil. Die Autophagie ist für den Zellstoffwechsel von essentieller Bedeutung. So spielt sie zum Beispiel eine Rolle bei der Immunantwort sämtlicher Lebewesen. Krankheitserreger oder Fremdeiweiße, die in die Zelle eingedrungen sind, werden nämlich mittels Autophagie abgebaut und unschädlich gemacht. In dieser Hinsicht ist die Autophagie verwandt mit der Phagocytose, bei der Stoffe von außerhalb der Zelle aufgenommen und verwertet werden. In erster Linie ist die Autophagie aber ein elementarer Bestandteil der zellulären Qualitätskontrolle und auf zelleigene Bestandteile ausgerichtet. So werden beschädigte Strukturen frühzeitig abgebaut und erneuert, um negative Auswirkungen auf den Zellstoffwechsel zu verhindern. Ohne Autophagie würden sich diese Strukturen anhäufen und früher oder später würde es zum Funktionsverlust und zum Untergang der Zelle kommen. Zu diesem Zweck ist die Autophagie auf einem geringen Niveau kontinuierlich aktiv. Sie stellt den Basisumsatz von intrazellulären Proteinen und Organellen sicher. An dieser Aufgabe, also der Qualitätssicherung intrazellulär hergestellter Proteine und Organellen, ist neben der Autophagie noch ein weiterer Mechanismus beteiligt, nämlich das sogenannte Ubiquitin-Proteasom-System. Zusammen sind beide Systeme für die sogenannte intrazelluläre Proteolyse, den Proteinabbau innerhalb der Zelle, verantwortlich. Der Beitrag des Ubiquitin-Proteasom-Systems zum Proteinabbau ist dabei ähnlich groß wie der der Autophagie. Trotzdem sind beide Mechanismen von essentieller Bedeutung. Sie können sich nicht gegenseitig ersetzen, weil sie unterschiedliche Proteine abbauen. Während durch das Proteasom primär kurzlebige und fehlgefaltete Proteine abgebaut werden, stellen langlebige und aggregierte Proteine sowie beschädigte Organellen ein Substrat für die Autophagie dar. Die Substratgröße und Struktur ist bei der Autophagie im Gegensatz zum Proteasom nämlich nicht limitiert. Das geringe Grundlevel an Autophagie, das eben in erster Linie dazu dehnt, den Basisumsatz von intrazellulären Proteinen und Organellen sicherzustellen, wird als basale Autophagie bezeichnet. Neben der basalen Autophagie gibt es noch die induzierte Autophagie, welche durch bestimmte zelluläre Stressfaktoren angeregt wird. In solchen Stresssituationen wird die Autophagie hochreguliert, um die intrazelluläre Homöostase aufrecht zu erhalten. Dies umfasst den Abbau beschädigter Proteine und Organellen, die sich in der Stresssituation, z.B. bei oxidativem Stress, verstärkt anhäufen. Des Weiteren werden in Situationen eines Energiemangels gezielt beschädigte Proteine und Organellen abgebaut, damit deren Abbauprodukte als Substrate zur Energiegewinnung genutzt werden können. Die Abbauprodukte, wie z.B. Aminosäuren, werden dann Katabolenstoffwechsel wegen, wie z.B. der Gluconeogenese, zugeführt, um den Energiebedarf in der Stresssituation zu decken. Von besonderer Bedeutung ist die Autophagie außerdem bei der Bereitstellung von Aminosäuren, wenn diese zeitweise nicht über die Nahrung zugeführt werden. Aminosäuren sind nämlich als Bausteine für die Synthese von Proteinen unentbehrlich. Deshalb wird die Autophagie bei einem Aminosäuremangel hochreguliert, damit durch den Abbau beschädigter Proteine und Organellen Aminosäuren freigesetzt werden, die dann für die Synthese neuer Proteine genutzt werden können. Zusammenfassend zur Funktion der Autophagie kann man sagen, unter Normalbedingungen sollte die basale Autophagie für die kontinuierliche Erneuerung von intrazellulären Proteinen und Organellen. In Stresssituationen wird die Autophagie hochreguliert, um stressassoziierte Schädigungen zu reduzieren und gleichzeitig Bausteine zur Energiegewinnung und für die Proteinsynthese bereitzustellen. Solchen Stresssituationen, wie z.B. einem Energiemangel infolge einer Fastenphase, sind wir heutzutage jedoch immer seltener ausgesetzt. Erschwerend kommt hinzu, dass die autophagische Aktivität unserer Zellen mit dem Alter immer weiter zurückgeht, was zu einer verstärkten Anhäufung von beschädigten und funktionsunfähigen Proteinen und Zellorganellen führt. So wird eine verminderte oder fehlregulierte Autophagie mit der Entwicklung von verschiedenen altersassoziierten Erkrankungen in Verbindung gemacht. Z.B. mit neurodegenerativen Erkrankungen, weil sich infolge des gestörten intrazellulären Proteinabbaus vermehrt neurodegenerative Plaques bilden. Auch bei Krebserkrankungen schreibt man der Verminderung der Autophagie eine Bedeutung zu, weil der eingeschränkte Abbau von fehlerhaften Strukturen die Entstehung von entarteten Zellen fördert, wobei sich eine Anregung der Autophagie ebenfalls negativ auswirken kann, sofern die Tumorentwicklung bereits fortgeschritten ist. Folge einer eingeschränkten Autophagie kann außerdem eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionserkrankungen sein, weil die Autophagie für den Abbau von Viren und Bakterien verantwortlich ist, die in die Zelle eingedrungen sind. Weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass eine verminderte Autophagie zu einer beschleunigten Zellalterung führt, während auf der anderen Seite ein erhöhtes Autophagie-Level als ein wesentlicher Faktor für Langlebigkeit angesehen wird. So konnte man, zumindest bei verschiedenen Modellorganismen, Autophagie-abhängig eine deutliche Lebensverlängerung beobachten. Zu der genauen Wirkungsweise beim Menschen besteht noch viel Forschungsbedarf. Die vorliegenden Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass eine Anregung der Autophagie viele Vorteile haben kann. Dabei ist ein Mehr an Autophagie aber nicht grundsätzlich gut. Es geht vielmehr darum, das dynamische Gleichgewicht zwischen der Produktion neuer und dem Abbau alter Zellbestandteile wiederherzustellen bzw. aufrechtzuerhalten. Die Autophagie setzt nämlich eine Katabole-Stoffwechsellage voraus, wodurch Anabole, also aufbauende Stoffwechselprozesse wie die Proteinsynthese weitgehend gehemmt werden. Allein diese Tatsache zeigt, dass eine dauerhafte Anregung der Autophagie nicht erstrebenswert ist. Ein wichtiges Regulationsenzym, welches einfach gesagt zwischen dem Anabolen- und dem Katabolen-Stoffwechsel umschaltet und somit auch die Autophagie reguliert, ist MTOR. Die Hemmung von MTOR reduziert Entzündung und fördert Regenerationsprozesse wie die Autophagie. Die Aktivierung von MTOR hingegen fördert die Wundheilung und Wachstumsprozesse wie den Muskelaufbau. Wir brauchen also eindeutig beide Zustände, in natürlichen Zyklen und einem langfristigen Gleichgewicht. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie der Abbau von beschädigten Zellmaterial im Rahmen der Autophagie überhaupt genau funktioniert. Grundsätzlich läuft der Prozess so ab, dass das abzubauende Zellmaterial einem sogenannten Lysosom zugeführt wird. Hierbei handelt es sich um kugelförmige Zellorganellen, die Enzyme enthalten, mit denen sie Fremdstoffe und körpereigene Stoffe auflösen können. In den Lysosomen erfolgt also der finale Abbau des Zellmaterials und die Freisetzung der Abbauprodukte ins Zytoplasma. In Bezug darauf, wie das Zellmaterial in ein Lysosom gelangt, gilt es zwischen drei Formen der Autophagie zu unterscheiden. Es gibt die Makroautophagie, die Mikroautophagie und die Chaperon-vermittelte Autophagie. Die Chaperon-vermittelte Autophagie ist eine selektive Form der Autophagie, bei der gezielt Proteine, die im Zytosol gelöst sind, abgebaut werden. Diese Proteine werden anhand eines bestimmten Zielmotivs von sogenannten Chaperonen wie dem Protein HSC70 erkannt und zum Lysosom geführt. Dort binden sie sich an einen spezifischen Rezeptor, der sie durch die Membran ins Lysosom einschleust, wo sie schließlich abgebaut werden. Bei der zweiten Form, der Mikroautophagie, werden keine Transportmoleküle benötigt. Hier wird das abzubauende Zellmaterial direkt vom Lysosom umschlossen und zersetzt. Das funktioniert jedoch nur bei kleineren Zellbestandteilen. Beim Abbau ganzer Zellorganellen oder größerer Proteinkomplexe kommt die dritte Form zum Einsatz, die Makroautophagie. Dies ist der Hauptautophagie-Prozess und in der Regel auch der Mechanismus, der gemeint ist, wenn von der Autophagie allgemein gesprochen wird, ohne diese Unterteilung vorzunehmen. Die Makroautophagie beginnt mit der Bildung einer einzelnen Doppelmembran im Zytoplasma, die sich vergrößert, bis sie als sogenanntes Autophagosom die abzubauenden Zellbestandteile vollständig umschließt. Das Autophagosom ist im Zytoplasma frei beweglich und wandert dann zu einem Lysosom, um mit diesem zu verschmelzen und ein sogenanntes Autolysosom zu bilden. Anschließend werden die umschlossenen Moleküle durch die Enzyme des Lysosoms in ihre Bestandteile zerlegt. Diese Abbauprodukte werden ins Zytoplasma abgegeben und können für anabole Stoffwechselprozesse und für die Energieproduktion wiederverwendet werden. Damit haben wir die theoretischen Grundlagen der Autophagie weitgehend geklärt. Die Praxis ist aber natürlich ebenso wichtig, also konkret die Frage, welche Maßnahmen und Gewohnheiten wir in den Alltag integrieren können, um die Autophagie auf natürliche Weise anzuregen. Dazu muss man sagen, dass die Regulierung sehr komplex ist und viele verschiedene Proteine und Proteinkomplexe involviert. Anhand der Funktionen der Autophagie, die ich vorhin schon angesprochen habe, lassen sich jedoch diverse Maßnahmen ableiten, die zu einer deutlichen Anregung führen. Da die induzierte Autophagie unter anderem dazu dient, Bausteine zur Energiegewinnung bereitzustellen, wird sie durch ein niedriges zelluläres Energielevel angeregt. Und der naheliegendste Faktor, der einen Energiemangel erzeugt, ist eine Nahrungsabstinenz. Man geht davon aus, dass die Autophagie ihre volle Wirkung nach einer Fastendauer von ungefähr 72 Stunden erzielt hat. Denn auf der einen Seite dauert es eine gewisse Zeit, bis die körpereigenen Energiereserven, wie die Glykogenspeicher, aufgebraucht sind und der Körper überhaupt Anlass hat, mit dem Zellrecycling zu beginnen. Auf der anderen Seite nimmt das Autophagielevel auch nach einer gewissen Zeit wieder ab, weil nur ein begrenzter Pool an beschädigtem Zellmaterial zur Verfügung steht und der Körper den Energiestoffwechsel auf die Ketose umstellt. Eine ungefähr dreitägige Fastenphase gilt vor diesem Hintergrund als die effektivste Methode zur Anregung der Autophagie. So ein mehrtägiges Fasten setzt jedoch ein hohes Maß an Selbstdisziplin voraus und ist für viele Menschen nur schwer mit dem Alltag zu vereinbaren. Eine leichter umsetzbare Methode ist das Intervallfasten. Beim Intervallfasten geht es nicht um einen Nahrungsverzicht, sondern in erster Linie um das Timing der Mahlzeiten. Man bringt alle Mahlzeiten des Tages in einem begrenzten Zeitfenster unter, um dadurch tägliche Fastenintervalle zu schaffen. Allerdings muss man sagen, dass das Intervallfasten in Bezug auf die Autophagie wahrscheinlich nicht die wirksamste Methode ist, weil die Autophagie bei einem Fastenintervall von 16, 18 oder sogar 20 Stunden gerade erst anläuft und wir dann schon wieder etwas essen. Genau zu diesem Thema, also der Frage, wie lange man fasten sollte, um die Autophagie anzuregen, habe ich bereits ein Video hochgeladen. Ich verlinke es dir oben rechts in den Infokarten. Neben dem vollständigen Nahrungsverzicht für einen gewissen Zeitraum können wir ebenfalls durch eine Kalorienrestriktion einen Energiemangel erzeugen und die Autophagie so bis zu einem gewissen Grad anregen. Damit ist gemeint, ca. 20-30% weniger Kalorien über die Nahrung aufzunehmen, als man verbraucht. Besonders wichtig dabei ist, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten, die alle wichtigen Mikronährstoffe abdenkt. Denn eine eingeschränkte Kalorienaufnahme bringt immer die Gefahr einer Unterversorgung an essentiellen Nährstoffen mit sich. Eine alternative Methode, bei der man die Kalorienaufnahme nicht reduzieren muss, ist die sogenannte Proteinrestriktion. Hierbei geht es darum, bei unveränderter Kalorienzufuhr die Makronährstoffverteilung so anzupassen, dass zeitweise nur noch ein sehr kleiner Teil der Energie aus Proteinen kommt. Man hat nämlich festgestellt, dass die Restriktion von Proteinen bzw. Aminosäuren die Autophagie ähnlich stark ankurbeln kann, wie eine Kalorienrestriktion. Das funktioniert, weil die Autophagie, wie vorhin schon angesprochen, nicht nur zur Energiegewinnung dient, sondern auch zur Bereitstellung von Aminosäuren zur Proteinsynthese. Denn wenn ein Mangel an Aminosäuren besteht, baut der Körper im Rahmen der Autophagie gezielt fehlgefaltete Proteine oder beschädigte Zellorganeien ab, damit die frei werdenden Aminosäuren für den Aufbau lebenswichtiger Proteine genutzt werden können. Somit geht es darum, einen dosierten, kurzfristigen Mangel an Aminosäuren zu erzeugen, indem wir die Proteinzufuhr über die Nahrung einschränken. Wichtig dabei ist, eine eingeschränkte Proteinzufuhr darf auf keinen Fall zum Dauerzustand werden, weil essentielle Aminosäuren lebenswichtige Nährstoffe sind, die über die Nahrung zugeführt werden müssen und nur begrenzt durch die Autophagie bereitgestellt werden können. Genau wie beim Fasten geht es darum, einen dosierten Reiz zu setzen. Eine weitere Möglichkeit, die in eine ähnliche Richtung geht, weil sie sich ebenfalls auf das Makronährstoffverhältnis bezieht, ist die ketogene Ernährung. Eine ketogene Ernährung imitiert den Hungerzustand beim Fasten in bestimmten Aspekten, obwohl keine kalorische Einschränkung besteht, allein durch den Mangel an Kohlenhydraten. Und genau dieser künstliche Hungerstoffwechsel ist in Bezug auf die Autophagie von entscheidender Bedeutung. Die ketogene Ernährung selbst reicht zwar nicht aus, um die Autophagie anzuregen, schließlich werden weiterhin Nährstoffe und Aminosäuren zugeführt, sie schafft aber die Voraussetzung für eine deutlich schnellere Aktivierung der Autophagie, weil der Blutzuckerspiegel konstant niedrig ist und dadurch ein hohes Verhältnis von Glucagon zu Insulin vorliegt. Des Weiteren lässt sich die Autophagie anregen, indem wir sogenannte Kalorienrestriktions-Mimetika in die Ernährung integrieren. Hier behandelt es sich um bestimmte Substanzen, die die Wirkung einer Kalorienrestriktion im menschlichen Körper nachahmen, indem sie in die gleichen Stoffwechselwege eingreifen, ohne dass eine Beschränkung der Kalorienzufuhr erforderlich ist. Allerdings muss man sagen, dass von solchen Substanzen nur ein geringer Effekt zu erwarten ist. Zwei Substanzen, die häufig diskutiert werden, möchte ich dennoch ansprechen. Das ist zum einen das natürliche Polyaminspermidin, welches auch in bestimmten Lebensmitteln enthalten ist, und zum anderen das beliebste Getränk der Deutschen, nämlich Kaffee, beziehungsweise die darin enthaltenen Polyphenole. Zu beiden Stoffen habe ich bereits ein Video hochgeladen, in dem ich genauer auf die Wirkungsweise einkehe. Beide Videos findest du oben rechts in den Infokarten. Der nächste Faktor, der nach dem Fasten wahrscheinlich sogar das größte Potenzial zur Anregung der Autophagie, aber auch zur Förderung der allgemeinen Gesundheit hat, ist Sport. Regelmäßiger Sport erzeugt nämlich auf verschiedenen Ebenen zellulären Stress, auf den der Körper unter anderem mit einer Anregung der Autophagie reagiert. Förderlich ist jegliche Form von körperlicher Aktivität, egal welche Sportart und egal ob bei niedriger oder hoher Intensität. Ebenfalls wirksam ist es, den Körper im Rahmen von Saunagängen kurzfristig einem leichten Hitzestress auszusetzen. Auf die Hitze reagiert der Körper nämlich unter anderem mit der Ausschüttung sogenannter Hitzeschockproteine. Diese Moleküle führen beschädigte Proteine dem lysosomalen Abbau im Rahmen der Autophagie zu. Dabei werden nicht nur Proteine erfasst, die tatsächlich Schaden genommen haben, sondern auch Proteine, die schon vor der Stresssituation beschädigt waren, ohne den Stressreiz aber gar nicht aufgefallen werden. Der letzte Autophagie anregende Stressfaktor, den ich ansprechen möchte, ist eine Hypoxie, eine kurzfristige Unterversorgung der Zellen mit Sauerstoff. Der Sauerstoffmangel führt zur vermehrten Bildung von Sauerstoffradikalen. Das steuert der Körper gegen, indem er die Aktivität der Mitochondrien vermindert, unter anderem durch eine Hochregulierung der mitochondrialen Autophagie, der sogenannten Mitophagie. Hierbei handelt es sich um einen besonderen Autophagie-Prozess, bei dem gezielt beschädigte Mitochondrien abgebaut werden. Eine Möglichkeit, um kurzfristig eine leichte Hypoxie zu erzeugen, ist ein sogenanntes Höhentraining durchzuführen. Beim Höhentraining treibt man Sport in eine Höhe von ca. 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Diese Höhe kann jedoch auch durch spezielle Unterdruckkammern oder mit Atemmasken simuliert werden. Auf die verschiedenen Methoden bin ich jetzt natürlich nur kurz eingegangen, weil es in diesem Video in erster Linie darum gehen soll, den Prozess der Autophagie zu verstehen. Wenn du mehr zu den einzelnen Maßnahmen erfahren möchtest, schau dir gerne das Video an, das ich dazu hochgeladen habe. Ich hoffe, du konntest heute einiges über die Autophagie lernen. Für weitere Infos schau dir gerne die entsprechende Playlist von mir an. Darin findest du alle Videos, die ich zum Thema Autophagie hochgeladen habe. Und wenn du in Zukunft kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich bin mir sicher, dass du genauso davon profitieren wirst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.